Herzlich Willkommen zurück hier zu Final Fantasy 13 2 in der Stadt Akademia im Jahr 400, wo alle sterben. Genau. So, wir müssen jetzt noch einen Gravitonkern suchen und finden. Und das wird gar nicht mal so einfach, weil wir nämlich ein Portal finden müssen, wo eben zu dieser einen Welt hinführt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wo dieses Portal ist. Und ja, das ist eben der Punkt. Ich weiß nicht, welche Moog ist. Oh, was ist denn das? Moog, komm her. Hui, Schatzkiste. Eine Ampulle Phoenix Blut. Interessant. Ja, da geht es nicht weiter. Ach, komm schon. Ernsthaft? Ha, ich habe es Portal gefunden. Naja, das ging ja jetzt schon alles gedacht. Nicht mal Monster oder so in der Nähe. Ha, wie geil. Also nur mal so zur Info, ich habe das jetzt nicht irgendwie so getan oder... Also ich habe jetzt nicht irgendwie getan, dass ich es nicht weiß, sondern ich habe es jetzt echt wirklich zufällig gefunden. Ha, geil. So, 2000 Guild. Ach ja. Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Drei Sieg. Vier Siegs. Fünf. Sechs. Ach, keine Ahnung. So, der ist weg. Und jetzt noch die drei. Dumm, dumm, dumm. Zack, zack, zack. Du bist weg. So. Jetzt haben wir nur noch ein Problem und zwar dieses Portal. Wenn es jetzt nicht aufgeht, müssen wir noch ein anderes Artefakt erst finden. Bitte funktionieren. Ja, Gott sei Dank. Wir haben ein Ur-Artefakt und das kann man hier verwenden. So, dann sieht uns diese Stadt hier wahrscheinlich eher nicht mehr. Yasser, Yasser's Massiv im Jahr 100. Genau das, was man braucht. Ich hab's gewusst. Dieses... Die anciente Stadt der Farseer wurde der Ort von einem verrückenden Phänomenon. Die erste Phase war eine merkwürdige Disruption in der lokalen Zeitung. Nächster, die Mitglieder der Akademie-Research-Team begannen, eins von eins. Endlich, als ob die verletzten Menschen verletzten, fliegende Krimson-Sphären in ihren Städten. Es war nicht lange, bevor die Ruhmungen des Padra-Ruins-Kursen begannen zu spüren. Der Graviton-Kern. Ja. Genau, so schaut's aus. Tja, ja. Na, komm schon. Lade schneller. Yeah, wir sind da. Oh. Ja. Oh. 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 Erzähl mal was. Sie kamen, um die Ruini zu ertierbar. Du möchtest deine Pläne wieder nachdenken. Der Paradox-Effekt ist aus der Hand geworden. Und ein großer Zahl der Menschen hat einfach... ...dissappiert. Siehst du die rote, sphörlige Objekte, die überall herum fliehen? Die Akademie versucht jetzt, ihre Projekte zu analysieren. Das gesagt, die Umgebung ist nicht restriktiert. Also, du bist frei, zu exploren... ...wenn du möchtest. ...die im Prinzip selber eigentlich ein Paradox sind. Was ich hier gelernt habe, ist, dass Leben immer schwer ist. Nichtsdestotrotz der Zeit. Sind die Sphörer Leute Leute konsumieren? Ich glaube, das ist trotzdem laut. Ein Paradox ist die Existenz oder die Materialisierung... ...of etwas, das nicht sein sollte. Könnte die Forschung die Erinnerungen ausführen? Was macht das? Was wollen wir sie? Das ist ein Paradox? Was ist das? Gut, vielleicht können sie den Leuten hier irgendwo weiterhelfen? Wo ist jetzt die Frau hin? Oh, achso. Bist du das gewesen? Mein vorigeier Boss wurde hier aus den Brescher-Ruinen geflogen. Er hat mir alles, was ich weiß. Unfortunately, er ist noch nicht mehr mit uns. Er war ein schöner Mann und er hat mich geholfen. Er war mein Mentor von Tag 1. Wenn er nur hier nicht gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich immer wieder und gut. Oh, cool. Ein kranker Chocobo. Uuuh, was geht denn da um? Ansprechen, aha. Hey, Nolz, fühlst du das? Ja, es ist wie, dass jemand mit mir in meinem Kopf spricht. Ich bin Karl, hier bin ich gestorben. Ich bereue nichts. Mein Leben war wunderbar. Meine Frau und meine Tochter großartig und meine Arbeit erfüllend. Es ist nur so, dass mich der Tod so plötzlich ereilte. Mein tägliches Ritual war, jeden Morgen beim Arbeitsbeginn das Foto meiner Tochter zu betrachten. Doch an dem Tag verschlang mich das Paradox, bevor ich das Foto hervorholen konnte. Was hast du gehört, waren die Hübschen der tormentenden Verletzten, die in der Tochter hervorheben sind, Kubel. Seine Angst und Angst und Angst bleiben hier, Kubel. Ich verstehe. Also das war das, was das war. Ist es da nichts, was wir für sie tun können? Ich bin mit Nolz. Lass uns helfen, ihnen Frieden zu finden, damit sie zu einem besseren Ort gehen können. Ja, ich würde mal sagen, wir suchen jetzt auf jeden Fall dieses Foto ganz, ganz dringend. Nicht. Die Orbs sind nicht so intelligent. Ja, und du bist auch nicht intelligent. Ähm, ja, wir werden jetzt das Foto... Wir werden jetzt nicht das Foto aktiv suchen, sondern wenn wir es zufällig irgendwo finden, ist es schön, wenn nicht, dann halt nicht. Weil jede kleinste Neemission zu machen, das würde mir jetzt zu blöd sein. Hm, ich höre schon wieder in der Schatzkiste. Bloß wo? Ich glaube, ich kenne die Leute hier, die Leute, die Leute hier laufen, wenn ein Mogli rumgeschmissen ist. wird. Also wirklich alle. Jede kleinste NPC auf der ganzen Karte lauft zu diesem einen Punkt. Das ist irgendwie total seltsam. Naja, egal. So, ist vielleicht hier oben dieser Gravitonkern? Nö, schaut nicht so aus. Nee, schade. Oh, ist er vielleicht jetzt so hinten? Und fliegt. Ach, verdammt. Vielleicht von hier. So, jetzt. Juhu. Alter, schaut euch das mal auf der Karte. Jeder kleinste grüne Punkt ist bei mir. Kontra-Artefakt, Erinnerungen. Okay. Die ganzen NPCs auf einen Punkt. Sucht euch einen Job, man. Na gut. Was ich hier gelernt habe, ist, dass das Leben immer schwer war. Wieso sind die Leute so extrem laut? Hey, Chocolina! Ja. Ich habe super hohe everyday Preise, also keine Hattelung. Ja. Äh, Heiltrank, Phoenix Feder, Blutrank. Ah. Da brauchen wir jetzt nichts. Hast du Waffen? Hast du neue Waffen? Hast du? Nein, hat es natürlich nicht. Immer noch Qualität 2. Haritäten, Gizekraut. Da kaufen wir jetzt mal ein paar. Ach, weißt du was. So. Ich muss sagen, du hast ein wirklich gutes Gesicht. Hoffentlich sind die Monster hier nicht extrem stark, sodass man nicht weiterkommt. Das wäre nämlich ein bisschen scheiße. Ein grüner Chocobo. Oh mein Gott, den wir nicht haben. Oh oh. Nein, der hört schon wieder so viel aus. Ah. Der teilt relativ wenig aus. Flieg. Pan. Los, Noel. Schick den Vogel nach oben. Ich habe so ein Gefühl, dass der Schockzustand nicht auskommt. Zeigen wird... Da, 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 da. Da, da. Da,... Okay Nicht gezähmt Schade Aber du bist schuld Du, ganz allein du Ja gut, sprech mal an Oh, geht gar nicht Schade Ja gut, spielen wir mal runter Und hebs Und zack Und zack Oh, was haben wir denn da, schönes Ja, komm her So, was ist das? Aber ne 4GB-Box Schade Das ist wohl nicht unser Graviton-Kern Der Bilderraum Ach ja, ist schön Na gut dann Haben wir wenigstens zufällig diese Mission Hier erfolgreich gemacht Auf geht's Ja Ja Hardcore Musik Ja 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 Ich bin ein Schokobohr der total tollmütig ist Sie ist bestimmt schon erwachsen geworden Aber ich würde sie sicher sofort erkennen Ich würde gerne auch meine Frau sehen Aber ich muss loslassen Ich hatte ein wundervolles Leben ohne Reue Ihr habt mir meinen letzten Wunsch erfüllt Möge euch die Göttin gnädig sein Heldiges Nachtschatten Oder so Schön Und die Kugel ist weg Genauso wie der Schokobohr Aber da steht noch zufällig einer Auf geht's Bäm Habt keine Musik Ja Mömm Mömm Weil bidum Lets kleine Denken Wohl Ein Ein die developments Ich habe Potenzial Aber ich konnte es nie verwirklichen Mein Leben lang forschte ich über die Geschichte von Granpult, doch ich starb, bevor ich mit dem gesammelten Wissen etwas bewirken konnte. Ich bin wie ein Samen, der in die Erde verfault. Niemals werde ich Sonnenlicht erblicken. Es muss etwas geben, das ich hätte tun können. Mein Leben endet, bevor ich erblühen konnte. Das lässt mir keine Ruhe. Wollt ihr mir aus meiner Not helfen? Ja, mein Junge namens Lambert. Und, woher der auch, das weiß, keine Ahnung, wurde von einem Paradox verschlungen, wobei nur seine leidvolle Erinnerung in Gestalt einer roten Kugel zurückblieben. Er leidet darunter, dass er aus der Welt verschwand, bevor er sein wahres Potential entfalten konnte. Kannst du ihm dabei helfen, sein Potential doch noch zu entfalten? Vielleicht gibt es etwas, das ihm den Wert des Lebens vermitteln kann. Hilf Lambert. Ja, toll, was müssen wir jetzt machen? Ich kann ihm in einer, keine Ahnung, unterrichtgeben an einer Universität oder so, als Kugel oder was? Ja. Ui, Monster. Monster, Monster. Oh mein Gott. Trigidon. Der kommt aber schnell in den Schockzustand. Yay. Und bam. Zerfetzen. Was haben wir denn da? Rigidon. Zerfetzen. 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 Da unten steht es ja. Cool, müssen wir öfter drauf schauen. Na los Leute, macht es denn fertig. Und noch mal ein bisschen. Ui, wir haben ihn nicht gezeigt. Schade. So, weiter geht's mit der Suche des Graviton-Kerns. Hm, einfach mal in diesen nicht erkundeten Bereich rennen. Schauen, vielleicht ist er da irgendwo. Ui, ui. Grüner Chocobo. Yeah. So, Trisaster. Frügendste in den Schockzustandbeutel. So, und jetzt wird er fertig gemacht. Flick. Yeah, stylish action camp. Oh, das wäre cool, wenn man jetzt zähmen könnte. Und noch ein bisschen. Oh, schaut nicht so aus, schade, schade, dann hätte ich echt keinen gehabt. Gut, vielleicht haben wir bald wieder die Chance auf einen grünen Chocobo. So, hier haben wir jetzt ein Heiligenschwert, ui, geil, eine neue Waffe für einen Nolan. Äh, Angriffstabos 100%, Angriff 185 und Soltmer 2, boah, ne, kannst du den voll vergessen. Oh, Fagmente, was haben wir denn da schönes, leidvolle Erinnerungen, oh mein Gott, bitte nicht. Helmiges Nachtschatten, Botschafter, blutroten Kugeln, Kaios, der unvergleichliche Held aus den Legenden von Padra, hat als Wächter die Aufgabe, der Seherin zu dienen und sie zu beschützen. Leider besingen seine zahllosen Siege über Arten, aber tausende Feinde. Man nannte ihn Kaios von den Ballard. Doch trotz seines Ruhmes kannte niemand seine wahre Herkunft. Den Namen Ballard wählte er nach dem einen Kampf, der ihn beinahe sein Leben gekostet hätte. Sein Gegner war ein Mitstreiter vom Volk der Zeitseher. Von den kraftvollen und geschickten Schlägen seines Gegners wurde Kaios in die Enge gedrängt, bis der vernichtende Schlag unwergerlich bevorstand. Doch dann wurde ihr Duell durch einen Angriff von außerhalb unterbrochen und bei dem folgenden Kampf opfte Kaios Gegner sein Leben für die Verteidigung der Seherin. Um den gefallenen Krieger zu ehren, nahm Kaios seinen Namen an. Ah, interessant. Ballard ist also der Typ, der wo eigentlich der Waageheld ist und der Kaios hat seinen Namen einfach nur gestohlen. Toll. Das sind Waagehelden. Sie stälen die Namen anderer. Sehr vorteilhaft, äh, vorbildlich. Gut, dann würde ich mal sagen, die nächste Folge sucht mal hier weiter den Graviton-Kern und dann bedanke ich mich für diese Folge und in der nächsten Folge geht es hier weiter in dem Padra Ruinen. Also bis dann Leute, ciao! Out!